Hallo Leute, ich habe mal wieder ein paar Ankündigungen für euch und deswegen bleibt sitzen, schaut euch das Video an. Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und wir fangen an mit meinen RPG Maker Live Tutorials, Thema Nummer 1. Ich habe zwei Live Tutorials gemacht mittlerweile und ich denke mal, das kam relativ gut an, beides Streams. Aber es gibt da ein kleines Problem oder gab ein kleines Problem im zweiten Stream. Der erste Stream lief besser, der zweite Stream hatte kleine Probleme. Es gab da Momente, wo zwischendurch entweder gar keiner was fragen wollte und wir dann im Grunde ein bisschen in der Luft hängen geblieben sind. Und es gab Momente, wo dann alle gleichzeitig was fragen wollten. Und dann gab es Momente, wo jemand was gefragt hatte und dann kurz darauf scheinbar offline gegangen ist und ich dann die ganze Zeit mit ihm versucht hatte zu reden und er gar nicht mehr da war, mitten in seinem Tutorial quasi. Das fand ich ein bisschen störend, weil es hat auch den Fluss für, also den Tutorial-Fluss für alle gestört, für alle Zuschauer, für alle Beteiligten und halt auch für mich natürlich als Tutoren. Dementsprechend möchte ich ein Wunschlisten-Prinzip mal ausprobieren im nächsten Live-Tutorial. Ich werde demnächst ein Video hochladen, das heißt dann ABG Maker Tutorial Wunschliste oder so und dort schreibt in die Kommentare alle möglichen Sachen, die ihr als Tutorials haben wollt und ich suche mir dann für den nächsten Livestream ein paar davon raus. Das ist denke ich mal die beste Variante oder zumindest halte ich es für eine sinnvolle Variante und wir probieren das Ganze einfach mal aus beim nächsten Mal. So würde ich das jetzt sagen. Alles weitere erkläre ich dann in dem entsprechenden Wunschlisten-Video, welches dann demnächst online kommt. Also hört euch das auf jeden Fall bis zu Ende dann an, bevor ihr dort euer Kommentar hinterlasst. Okay, dann Thema Nummer 2. Wir wollen morgen am 11. den Samstag um 21 Uhr den Wahl-O-Maten machen zur Bundestagswahl. Ich weiß, Politik kotzt euch an, ist öde, langweilig. Ich möchte das Ganze Livestream 21 Uhr morgen. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr da seid. Einfach mal ein bisschen mit mir quatschen, ähm, change my mind, ähm, versucht, äh, meine Meinung, äh, irgendwie zu beeinflussen oder zu ändern, je nachdem, wenn ich da irgendwie Quatsch rede. Ja, dann sagt mir das frei raus, ähm, natürlich nicht im beleidigenden Ton. Aber ich würde gerne eine normale, sachliche Diskussion mit euch führen, da würde ich mich sehr darüber freuen. Ähm, wenn ihr noch nie einen Wahl-O-Maten gemacht habt, könnt ihr das dann morgen auch mit mir zusammen machen. Äh, wird auf jeden Fall witzig, das kann ich euch sagen. Und auch gleichzeitig natürlich ernst. Aber aus Spaß und Ernst wird Sperrnst. Okay, das war schlecht, aber es tut mir leid. Ähm, ihr könnt auch den Wahl-O-Maten vom Postillon machen. Der Postelomat, ähm, der ist relativ witzig. Ähm, der ist dann wirklich witzig. Der hat dann Fragen oder Thesen, wie, äh, auf Autobahnen soll eine generelle Mindestgeschwindigkeit von 210 Kilometer gelten, äh, 10 Kilometer pro Stunde gelten. Stimme ich zu. Ähm, der Staat sollte verstaatlicht werden. Na, selbstverständlich. Ähm, der Steuersatz für illegale Bestechungsgelder an Unionspolitiker soll von 7% auf 3% reduziert werden. Äh, ich weiß nicht. Ich stimme nicht zu. Aber wie ihr seht, ähm, das Ganze ist eher mit irgendwelchen Quatschfragen, die teilweise richtig witzig sein können. Da könnt ihr auch mal reingucken, wenn ihr wollt. Ähm, werde ich in der Videobeschreibung verlinken. Und dann kommen wir, denke ich mal, auch zum letzten Thema, nämlich Among Us. Wir werden gemeinsam, ähm, 18. September, ähm, also in 8 Tagen, werden wir Among Us spielen. 18. September, 21 Uhr, wieder der Samstag. Nächste Woche Samstag, ähm, Among Us. Diese Woche Samstag war Lomat. Und das, denke ich mal, wird viele freuen. Viele haben nämlich schon meine ersten Streams zu, ähm, Among Us zugesehen. Oder auch teilgenommen an den Spielen, äh, an den Spielen, an dem, an Among Us halt. Ähm, und das hatte eigentlich ziemlich viel Befürwortung bekommen. Und es hat mir auch einfach Spaß gemacht, mit euch zusammen auch mal was zu spielen. Und, ähm, Among Us ist ein sehr gutes Spiel dazu. Ich hatte in Discord, habe ich dazu eine kleine Umfrage, wer teilnehmen möchte, gemacht. Ähm, und da hatten sich bereits neun Leute mich eingeschlossen gemeldet. Dann wollte Mimi noch mitspielen. Also wir sind 10 Leute, ähm, wenn denn alle wirklich teilnehmen, die sich gemeldet hatten. Und wir können das Ganze bis zu 15 Spieler spielen. Das heißt, 5 Leute können gut und gerne noch teilnehmen. Und es ist ja auch nicht sicher, dass die, ähm, sich gemeldet haben, äh, die, die sich gemeldet haben, auch die ganze Zeit dabei sind. Also wenn nicht, schaut ihr eine Weile zu, wartet, bis einer keine Lust mehr hat und dann kommt, joint ihr einfach rein. Dann sind wir da euch weg, ähm, relativ viele Leute. Ähm, das Ganze streame ich dann 21 Uhr am 18. September. Schreibt euch das auf. Among Us könnt ihr kaufen auf Steam für 4 Euro, glaube ich. Ihr könnt es auch, ähm, auf der Switch, Playstation oder Xbox kaufen. Ähm, und das Ganze ist auch kostenlos im Game Pass drin, wenn ihr Game Pass Nutzer seid. Und, ähm, auf dem Telefon gibt es das auch. Genau, auf dem Smartphone. Ich glaube, da ist es sogar Free to Play. Da könnt ihr das, glaube ich, sogar kostenlos spielen, äh, mit kleinen Einschränkungen. Ähm, aber mit uns zusammenspielen könnt ihr da auf jeden Fall auch kostenlos am Telefon sprechen. Wenn wir aber über Discord, ich werde den Discord-Link in die Videobeschreibung packen. Da könnt ihr gerne mal im Discord-Server joinen, wenn ihr mitspielen wollt. Gut. Also nächste Woche Among Us. Seid dabei. Und wenn ihr nur zuschaut, auch geil, würde ich mich freuen. Ich freue mich über jeden Zuschauer. Da habe ich ein bisschen jemanden zum Quatschen, wenn ich gerade tot bin. Auch sehr schön. Dann ist es nicht so einsam. Okay. Letztes Thema. Das letzte Thema ist, ja, viele Themen, ich kann nichts dafür. Aber das letzte Thema ist, um, hm, 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 wo haben wir das? Genau. Wir haben Community-Events gemacht, immer mal wieder. Und wir werden jetzt wahrscheinlich Ende September, ähm, werden wir ein Community-Projekt starten. Also vielleicht eventuell, ähm, in der Woche vom 20. bis 26. werden wir das Ganze starten. Wahrscheinlich. Ähm, kann aber natürlich sich auch nochmal nach hinten schieben. Ähm, kann auch sein, dass es erst im Oktober gestartet wird. Aber haltet euch bereit, die nächsten Wochen, ähm, geht's dann los. Und dann habt ihr circa acht Wochen Zeit. Wie lange genau, das entscheide ich dann später noch, ähm, mit Speedy zusammen. Und da könnt ihr Preise gewinnen. Was für Preise, das werde ich dann alles noch, wenn es soweit ist, ähm, sagen. Was ihr machen müsst, um an diesem Event teilzunehmen, werde ich euch sagen. Ähm, das kommt alles dann in der Ankündigung. Also es gibt ein Event. Da müsst ihr dann ein RPG-Maker-Spiel machen. Was genau, wie gesagt, werde ich dann sagen. Weil wenn ich's jetzt sage, werdet ihr schon anfangen. Und, ähm, es gibt Preise zu gewinnen. Das ist erstmal wichtig. Aber sollte nicht euer Hauptgedanke sein. Der Hauptgedanke sollte sein, der Spaß einfach mit der Community so ein cooles Event zusammen zu machen. Das, ähm, sollte der Mittelpunkt der ganzen Sache sein. Gut. Das ist ungefähr das, was jetzt im September passieren wird. Wir werden also Live-Tutorials machen. Wahrscheinlich noch eins. Wir werden machen Valomat. Wir werden machen Among Us. Und wir werden das Community-Event starten. Und jeder, der jetzt irgendeine Sache gefunden hat, wo er sich denkt, ja, das ist eine gute Sache. Sei es die Live-Tutorials. Sei es Among Us. Sei es das Community-Event. Äh, sei es der Valomat. Dann drückst du mal kurz auf Like. Ähm, bei diesem Video hier. Und stellst dann deinen Wecker im Telefon auf das entsprechende Datum. Okay, Spaß beiseite. Nein. Aber würde mich freuen, wenn ihr auch ein paar Kommentare hier hinterlasst. Worauf ihr Bock habt. Ähm, ist ja auch eine große, ähm, also eine wichtige Sache für mich zu wissen. Worauf habt ihr denn eigentlich Bock? Ähm, was wollt ihr sehen in meinem Kanal? Das ist ja auch eigentlich mal eine wichtige Info für mich. Ihr gebt es zwar auch mit Likes und Dislikes in meinen Videos ein bisschen rüber. Aber man, es ist immer schwer für mich das. In Textform finde ich es ein bisschen angenehm. Gut. Tschüss. Das war's. Das waren alle Themen. Gut verpackt. Ähm, auch wenn teilweise nur relativ kurz angeschön. Aber egal. Tschüssli. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.